ein stream mit den lieben dort auf die verpasst du weißt dass den 0 Zuschauer zu Kogato sagt die scheiß umschuldigung er sagt seine um Begrüßung der Zeit da mehr über wiederholen das ganze wir kommen Leute mit den lieben wasser aufgeben 6 Lättelchen wasser schön den namen kannst du auch erwähnen wasser von der bisschen live streamen hättest du bock hättest du bock ich schaue gerade was wollte ich spiele er hat die was ich auch ab aufgrund der hoffen leistin dass Prozent das bei mir auch Leute zuschauen ich will Geld verdienen ich will kein Geld verdienen ab jetzt mal im Ernst bitte lass ein Abo da Wolfgang hättest du Bock auf Fortnite ein bisschen bitte sag nein 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 ich töte dich wenn du ja sagst dann kann der live stream jetzt auch beginnen Leute obwohl der läuft schon seit zwei Minuten drei also das kann eigentlich schon laufen Wolfgang hättest du Bock ein bisschen auf die ARP zu zweit mal m bitte sag ja bitte Wolfgang du bist vorhatten nein 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 ich möchte nur kurz okay du kommst zum Türen rein ich bin ein richtiges Fraudblemer okay Wolfgang 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 ich bin ein richtiges AP okay aber richtiges zwei Sterne Menü AP ja gut kommen wir mal zum eigentlichen Thema da hervor mein Handy kaputt geflogen ist also kaputt klar war ich hier immer ein Kontrollers runter geflogen Entschuldigung das liegt glaube ich schon 100 mal in diesem Tag runter und da überlebt es halt na gut ist nicht das eigentliche Thema Wolfgang hättest du Bock auf AP? wir weisen wir nicht sorry das jetzt beleidige also das nicht beleidige erkennt mich sonst so nicht aber es ist da nicht kinderfreundlich wenn ich zum Beispiel mhm sag dann ist auch nicht kinderfreundlich wie ist der? wenn ich zum Beispiel fick dich sag ist das nicht kinderfreundlich? wüsst ihr? ein bisschen Weisheit mit mir muss man auch welchen größerer YouTuber bin und verlot ich eine 20er PS Endball so äh tausende Abos ja wenn ich da YouTube Money bekommen ja ihr wisst schon alles das dauert schon lange ähm das eigentliche Thema geht hier nicht ums Money wir sind nicht Joli der was alles nur fürs Geld macht kommst du rein Wolfgang? ich komm gleich ich guck noch was aber ich bin ein richtiges Roiplay kein Kinder Roiplay wie ihr es immer mit mir kennt wie Lukas immer macht da was immer sagt ja 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 ich bin nicht schön aber Wolfgang du musst in eine richtige Rolle ich hab gerade eine Frau aus dem Auto geworfen guck meine Aufnahme an bei 4 Minuten 50 ich hab meine Aufnahme aus dem Auto geworfen was dann? was? was möchtest du eigentlich sein? was möchtest du eigentlich sein? was weiß ich noch nicht ach wirst du ein richtiges Roiplay durch die Neid zocken b mach mal ein Pole im Ziel auch fehlt der bei dieser einen Schottsfeuer hat lieder die Krüste gehört aus an болt am sie an dieser Stelle ich feiere sein neulied das hat mein deutsches wieder das beste er ein Jahr also ist die bei mir kein vernünftiges Gameplay guck mal er werden und es ist folgt die Tromieren die Kürtel nicht dazu machen wir werden jetzt ein bisschen zu eins konsumieren vor der Kamera nicht Spaß ich möchte ich ein Strike haben jetzt eine Jut Wolfgang Wolfgang jetzt ist ein YouTuber der was sagt ja Drogen sind gut müsst ihr unbedingt Drogen nehmen nein der ist so traurig Digga hab einen Kommentar was ihr von mir hält ob ich sympathisch überhaupt bin obwohl mir guckt eh keiner mehr zu warum mach ich denn einfach ein Nice-Tree die Lukas wird vielleicht doch zugucken Lukas Stryker Wolfgang und Lukas wird schon wieder gebannt ey was macht er die ganze Zeit was wird eigentlich Lukas die ganze Zeit dass er gebannt wird bitte er wird doch den oder wegen 830 was gerade eingeladen habe und sonst werde ich alles andere kann man eigentlich Sachen zentzieren über die Affeckte wie Wolfgang ähm ja und wie na muss einfach rausschneiden aber ich bin live weißt du das was ja dann geht's nicht ja dann geht's nicht äh dann geht's äh voll Tätowier ähm äh 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 Ziele Nordkamen weit kamen was hätte wie ich im Kopf rein Das grüne Blatt habe ich ja schon. Kommst du mal, Getty, aaaahhhhhh Kommst du mal, Getty, aaaahhhhhh Kommst du mal, Getty, aaaahhh Ja, ne ich guck's in 3 Minuten an 10 Minuten später Ich guck in 3 Stunden an Scheiß ich hab Kopfgeld Wolfgang Freudsch Gerard Weil der muss davon bleiben, für man kann Charly 10.000 bezahlen Und das war sehr lustig. Wie kommst du rein? Wolfgang. 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 Könntest du das bitte mal lassen? Dann komm, geht die A. Wolfgang. Ich komm gleich. Drei Jahre später. Merkt ihr, dass ich schon 100 Jahre warte? Vorwärts. Später wird auch ein bisschen weh, weh aufgenommen. Schöner Fischerhaut. Ich will dir ne Eins geben. Ne, 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 ne. Ich muss helfen. Eines, n. Das Ding ist, ich hab schon so viele Outfits eingespeichert, gell? Welches Outfit brauch ich also nicht, ne? Was war's? Was war's? Oh, ist gar nicht. Kommst du rein? Ich schöne mich, egal, zu verarschen, gell? Ich schöne, gell? Ich schöne, ich schöne, ich schöne, ich weiß. Weil gerade Livetream ist, da kann ich nicht beleidigen. Kann ich ihn Livetream ausmachen, Wolfgang? Wenn du willst. Sag ja! Sag ja! Sag ja! Ich schöne einfach, manch, Maskela hoch. Ich werde mir gleich eine eiskalte Cola holen. Oh! Oh, oh, oh! Ja! Kann man eigentlich auch beim Video in YouTube reingehen? Wolfgang? Ah! Entschuldigung! Ja, du, wenigstens einer guckt gerade meine Aufnahme! Einer! Einer! Dankeschön! Ich gebe dir gleich null Euro! Ist lustig, oder? Jetzt mach ich einen Klitsch! Baula! Bauuu! 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 Neeeee! Das ist scheiß Sonnenbrille! Ich hasse mein... Fuck my life! Kannst du über dein Handy die Übertragung angucken, Wolfgang? Nein! Das ist nötig! Es ist nötig! Wenn du vielleicht meine Leute kommen würdest! Mit sogar schon so armen, ich muss Quats... klauen! So lange wart ihr schon! Absturz! Hallo! Ich hätte einmal mal einen Cola... Komm, so geht ihr... Ah! Ja! Er stammt dich! Rockerhelme! Walsgang! Hm! Kommst du WTA? Ja! 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 Na... Na... Ich... Ja! Ja! Na... Ah! Na... Na... Pappe... Ja! Na... Eht das Tracy? Guck mal du dumme Moluch Ich komm, weil ich wieder Wolfgang, ok? Ok, ich mach's, komm, ich komm gleich wieder, ich geh mal Eiskalt, danke, Cola hol, ich komm wieder. удобно. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weißgang Ermann 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 Mein nächster Zuschauer Ich rät's mal ja nur ein Moin Leute Trimax hier Wolfgang Kannst du mir wieder zuschauen oder kommst du rein? Komm doch mal rein du YouTube Süchtiger Das gibt's hier nicht Anzeige ist raus Wenn ich die Ausnahme Mit einem so leeren Eis Tschau Leute Kannst du mir mal ein bisschen Vielen Dank.